Am Landgericht Frankenthal hat heute der Prozess gegen eine Mutter und ihren Halbbruder wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Die beiden Angeklagten aus Neustadt an der Weyenstraße sollen zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Vater zwischen 2000 und 2006 in mehr als 200 Fällen, so heißt es, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben. Dabei geht es um die drei heute erwachsenen Kinder der Frau. Die 47-Jährige war zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß und alle Angeklagten streiten die Vorwürfe bisher ab. Das Gericht hat noch bis Mitte Oktober Fortsetzungstermine angesetzt. Die Öffentlichkeit ist von der Verhandlung ausgeschlossen und darüber wollen wir sprechen mit Frank Zander, Rechtsanwalt. Also erstmal, was genau bedeutet Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung? Da kann sich ja weniger etwas Genaues darunter vorstellen. Letztlich ist das die Überschrift im Strafgesetzbuch, die die ganzen sexuellen Bestimmungstaten ahndet. Also da gehört der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen dazu, die Vergewaltigung, aber auch Exhibitionismus oder die Verbreitung von kinderpornografischen oder jugendpornografischen Schriften. Okay, also in diesem Fall geht es ja um Straftaten, die von 2000 bis 2006 begangen wurden. Spielt dieser zeitliche Ablauf denn oder die zeitliche Distanz eine Rolle? Es sind ja mittlerweile bis zu 19 Jahre. Natürlich spielt die Dauer eines Ermittlungsverfahrens immer eine große Rolle, weil es natürlich auch belastend ist für die Angeklagten. Das kann beispielsweise einen Bonus geben für die Angeklagten. Im Fall sexuellen Missbrauchs von Kindern ist es allerdings so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, die Verjährung beginnt auch erst mit Vollendung des 30. Lebensjahres. Deswegen kann ein Fall, der 2006 passiert ist, auch jetzt erst verhandelt werden, weil die Verjährung gehemmt wurde durch das Lebensalter der Kinder damals, die ja ganz offensichtlich noch unter 14 waren. Also später Start eines Prozesses. Das haben wir ja hier. 2015 kam es zur Anzeige. Das ist ja auch schon vier Jahre her. Richtig. Das ist leider immer häufiger der Fall, dass der Staat sehr lange braucht für Ermittlungen, weil beispielsweise das Personal fehlt. Stellenweise blockieren die Angeklagten auch gewisse Maßnahmen. Die Frau saß in Untersuchungshaft, dann muss alles schnell gehen. In dem Moment, wo ich aber entlassen werde aus der Untersuchungshaft, ist diese Eilbedürftigkeit weg und dann dauern die Ermittlungen natürlich noch mal länger. Warum können denn Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen werden? Ich meine, in diesem Fall, es geht ja um sexuellen Missbrauch, schweren sexuellen Missbrauch. Das ist teilweise wahrscheinlich auch schwierig zu kommunizieren. Das ist sehr schwer zu kommunizieren für die Öffentlichkeit. Offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft damals gemerkt, dass es ein Prozess, der sehr lange dauern wird, was sehr viel Zeit braucht und wir können nicht sofort starten damit. Und nach sechs Monaten muss eine Haftprüfung erfolgen. Da muss ein Gericht entscheiden, muss die Angeklagte oder die Beschuldigte weiterhin in Haft bleiben oder nicht. Und wahrscheinlich aus diesen Gründen hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wir brauchen hier viel mehr Zeit als die sechs Monate und deswegen wurde sie damals aus der Untersuchungshaft entlassen. Jetzt stehen wir noch am Anfang des Prozesses, aber was wäre denn ein mögliches Strafmaß, das den Angeklagten droht? Beim schweren sexuellen Missbrauch von Kindern droht ein Strafmaß von zwei Jahren bis zu zehn Jahren Haft. Und dann kommt es darauf an, wenn ich schädliche Neigungen sehe oder sage, da ist keine Therapie möglich, kann natürlich auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht kommen oder eine besondere Schwere der Schuld. Frank Zander, herzlichen Dank für die Einordnung dieses Prozesses. Dankeschön. Gerne.